Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 5,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, das ist, was die sich gewünscht hat. Und sie war begeistert. Artikel wie beschrieben. Starke Farben, waschen auch kein Problem. Also für die Mädels, die sowas tragen ideal. Genau für meine Tochter. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung. Untertitelung des ZDF, 2020